Liebe Zuschauer, da wären wir wieder zu einem neuen Interview der Woche. Heute hier aus der Landeshauptstadt Schwerin. Wir stehen auf dem Altmarkt hinter uns natürlich das wunderbare Theater. An meiner Seite Marianne Wörle-Braun, auch keine Unbekannte, wenn es um TV Schwerin geht. Sie sind sozusagen, wenn man so will, die Diva der Jazznacht, also die Frau, die das alles vorbereitet, die Frau, die das alles organisiert und die uns hier in Schwerin jedes Jahr, natürlich Corona musste zwangsweise pausieren, aber jedes Jahr mit einer wunderbaren Jazznacht beglückt. Und das aus der Jazznacht ist inzwischen eine Veranstaltungsreihe geworden, über die wollen wir heute sprechen. Frau Wörle-Braun, wie liefen die Vorbereitungen? Was für Unsicherheiten waren natürlich dieses Jahr damit verbunden, mit der Jazznacht? Ja, es ist immer noch die große Unsicherheit durch Corona schwebt immer noch über uns. Und es gibt jetzt bereits auch schon wieder so kleine Rückmeldungen, die nicht besorgniserregend sind, aber die doch das Programm so ein bisschen noch durcheinander bringen können. Aber es bleibt dabei, die Jazznacht wird stattfinden, auch mit den angekündigten Acts. Ja, dann sprechen wir mal über die angekündigten Acts. Das ist hier das Highlights in Elbe. Deswegen stehen wir hier auch vor dem Schweriner Theater. Das im Theater hier stattfindet, die Jazznacht selbst am Samstag. Wer kommt und was wird es zu erleben sein? Ja, wir werden aufgrund dieses Jubiläums, was ich in diesem Jahr feiere mit der Initiative Jazz mit Business in Benefit, einen ganz besonders großartigen Abend haben, denke ich, mit drei Acts. Angefangen mit dem Nathan-Odd-Quartett, dann kommt Sandy Wollasch und das Klaus-Wagenleiter-Trio und dann kommen Sisters in Jazz, ein international besetztes Frauenquintett. Ja, liebe Zuschauer, wenn Ihnen das jetzt nichts sagt, also diese Namen, Sie können sich sicher sein, hier in Schwerin trifft sich zu Jazznacht Weltklasse. Das ist doch so, das versichern Sie doch uns. Ich würde das unbedingt so sagen, denn Weltklasse Musiker gibt es durchaus, außer in Deutschland. Auch deutsche Musiker spielen Weltklasse Jazz. Aber sie werden auf der Bühne im Staatseater am Samstag eben auch Frauen erleben, die Weltklasse Jazz spielen. Und das ist besonders für mich ein großes Geschenk, auch Frauen präsentieren zu können, die absoluten Spitzen Jazz spielen werden. Ja, aber es bleibt nicht bei dieser einen Veranstaltung, sondern es gibt noch mehr zu erleben. Ja, wir hatten am 7.4. ein wunderbares Konzert in der Schelfkirche, den kam er Phil Jazz. Großartig. Und wir werden nach der, vor der Jazznacht wird es noch das Eröffnungskonzert im alten Offizierscasino geben, der H&O Holding. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Dann kommt die Schweringer Jazz nach dem Staatstheater. Da gibt es noch Tickets. Also seien Sie fleißig und kaufen Sie Tickets für dieses Konzert. Und am 30.4. anlässlich des UNESCO-Welttags des Jazz wird die NDR Big Band ein großartiges Konzert zu Ehren von George Grunz geben. Wie haben Sie es geschafft, die alle natürlich unter dem Dach der Jazznacht zu vereinen? Sind die damit freiwillig gekommen oder musste man da Überzeugungsarbeit leisten? Nein, ich muss überhaupt gar keine Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe wirklich ganz großartige Anfragen von überall aus der Welt. Das darf ich also ruhig sagen oder möchte ich auch sagen. Und ich könnte eigentlich über das ganze Jahr hier Konzerte veranstalten. Aber es ist natürlich auch immer wieder ein großes Problem, die Produktionskosten dafür zu bekommen. Denn niemand spielt auf der Schweringer Jazznacht ohne Gage. Die Musiker bekommen alle die Gagen, die sie haben sollen. Und die Sponsoren, die sichern die Produktionskosten. Und ich möchte an dieser Stelle... Ja, das wollte ich jetzt nochmal hinterfragen. Und zwar, wenn wir jetzt mal die Sponsorenliste sehen hier der Jazznacht, dann ist die schon ziemlich umfangreich. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass jetzt noch Sponsoren mit dazukommen können? Also es wäre wunderbar, wenn noch Sponsoren dazukommen können. Denn so eine Produktion kostet ziemlich viel Geld. Und wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, um diese Produktionskosten abzusichern. Und das muss ja auch gesagt werden, liebe Zuschauer. Jedes Jahr geht der Ertrag der Schweringer Jazznacht in die Gemeinnützigkeit. Nämlich, wer profitiert dieses Jahr? Ja, wenn ein Erlös erwirtschaftet wird, und ich hoffe, dass es in diesem Jahr so sein wird, wie in den vergangenen Jahren auch, dann profitiert in diesem Jahr oder wir bedenken in diesem Jahr, die Kinder, den Kinder- und Jugendhilfeverbund in Schwerin, der großartige Arbeit leistet für Kinder und Familien, angefangen von sozialpädagogischer Familienhilfe bis hin zu Haushaltsorganisationshilfen. Und das ganze Spektrum ist dort abgebildet in diesem Verbund. Ja, ganz wichtig auf alle Fälle. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Berücksichtigen Sie das im Programm irgendwie? Sie sagen, es ist ja keine Jazznacht zum Feiern, sondern alle sind ein bisschen nachdenklich auch? Ja, es schwebt über uns eine große dunkle Wolke. Und wir möchten die aber an diesem Abend im Theater so weit wegschieben, dass wir uns wirklich auch an der Musik freuen können. Wir haben, wie ich schon sagte, eine internationale Besetzung. Die Musik verbindet die Menschen in der ganzen Welt. Und das wollen wir an diesem Abend eben auch demonstrieren. Und ich finde diese Idee wundervoll für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die Interesse an Kultur haben. Man kann für die ein Ticket kaufen. Kaufen Sie ein Ticket für diese Menschen, die hier bereits in Schwerin sind. Und diese Tickets können an den ukrainisch-deutschen Kulturverband weitergegeben werden. Und die werden dann dieses Ticket an kulturinteressierte Menschen weitergeben. Und das organisieren Sie? Das habe ich angeregt. Und da kann man nähere Informationen bei mir auch noch bekommen. Oder man kann sich selber informieren, wo die ukrainisch-deutsche Gesellschaft der Verband sitzt. Und dann kann man diese Tickets da hingeben. Was kostet ein Ticket? Es gibt von 18 bis 59 Euro Tickets für diese Jazznacht. Wunderbar. Ich würde zwei Tickets nehmen, liebe Zuschauer. Und die natürlich für ukrainische Mitbürger hier in Schwerin spenden, Frau Würde-Braun. Und natürlich Ihnen nochmal vielen Dank als Schweriner Jazzbotschafterin. Natürlich für die Jazznacht hier natürlich nochmal Werbung zu machen. Natürlich eine fantastische Veranstaltung. Wir freuen uns drauf. Und liebe Zuschauer, Sie haben die Möglichkeit, noch Karten zu erwerben. Gucken Sie einfach nach unter der eingeblendeten Adresse. Und diese Flyer, die wir jetzt schon in der Hand gehalten haben, die gibt es überall hier in Schwerin, wo es auch Tickets gibt. Noch einen heißen Tipp, wo es Tickets gibt, Frau Würde-Braun? Ja, die gibt es in der Touristinformation und hier an der Kasse vom Staatstheater. Da bekommen Sie die Tickets. Ein schönes Thema dieses Jahr auch zum ersten Mal ist das Thema Förderpreis Jazz, der über Ihre Jazznacht, über Ihre Veranstaltung auch mit ausgelobt wird. Ja, genau. Ich habe mir überlegt, nach so vielen Jahren könnte es doch eigentlich auch mal einen Förderpreis Jazz für junge Musiker, die hier in Mecklenburg geboren sind, die musikalische Ausbildung hier gemacht haben und dann in die große weite Welt hinausgehen. Und das habe ich initiiert. Und wir werden in diesem Jahr den ersten Förderpreis Jazz-Träger begrüßen. Ich werde ihn am 23. bekannt geben und am 30.04. wird er sich musikalisch in der Schelfkirche vorstellen, bevor die NDR Big Band stellen. Ja, nun kann ja im Förderpreis vieles heißen. Was heißt das konkret? Also der Förderpreis ist verbunden mit einem Betrag, der aus dem Erlös der Schweriner Jazznacht rekrutiert wird. Und den wissen wir noch nicht. Deshalb kann ich noch nicht sagen, wie der dotiert sein wird. Und dieser Preis ist verbunden mit einem Förderpreisträgerkonzert, der dann im Herbst, das Konzert wird dann im Herbst stattfinden. Und auch der Preis wird natürlich noch offiziell überreicht. Und da werde ich den Termin dann auch noch bekannt geben. Also liebe Zuschauer, dann bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, in der wieder Woche.